Ja, hallo liebe Weinfreunde, grüßt euch mal wieder hier aus dem Würzburger Keller mit mir, dem Hardy und heute machen wir mal wieder was, was wir durchaus gerne machen, nämlich Zuschauerwünsche erfüllen. Vor ein paar Wochen kam einer von euch auf mich zu, ob wir nicht mal das Weingut Lämmlein Schinder präsentieren wollen. Und ja, ich habe was besorgt, habe was eingekauft und da habe ich mir gedacht, probieren wir das jetzt einfach auch mal. Das Weingut kommt aus dem Markreffler Land. Das ist so eine Talsohle zwischen Rhein und dem Schwarzwald. Das heißt, könnte schon ein bisschen kühl werden teilweise. Liegt übrigens in Baden, also im Weinanbaugebiet Baden, zwischen Freiburg und Basel, in der Region in Mauchen und wird von Gerd Schindler geleitet. Seit 1955 ist ein biologisches Weingut. Das heißt, sie benutzen auf ihren 13 Hektar keine Insektizide oder Pflanzenschutzmittel. Kunstdünger gibt es auch nicht. Kupfer wird auch nur sehr sparsam ausgebracht. Und vor allem, das Weingut ist vor allem berühmt für Spätburgunder. Baden, Spätburgunder natürlich. Und eine Rebsorte, die sonst nicht so oft vorkommt, nämlich Gut Edel. Gut Edel. Dann noch Weißburgunder und Chardonnay. Also Burgunderrebsorten und Gut Edel gibt eigentlich auch Melo oder Blaufränkisch oder so. Also es gibt da schon einige Rebsorten im Weingut. Und ich habe mich heute für eine komplette Ortsweinlinie entschieden, wo es nur drei Ortsweine gibt es heute, unterschiedliche Rebsorten. Alle so im Bereich zwischen 10 und 12 Euro. Also alles durchaus bezahlbar. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem hier an. Also als erstes hier vom Weingut Lemlen Schindler, der Weißburgunder Ortswein. 2018er, Mauchenau VDP Ortswein, Bio Wein 12,5 Alkohol. Da bin ich jetzt mal gespannt. Das kommt wahrscheinlich wieder vom Praterale. Ah, Weißburgunder. War ja klar. Ich finde Weißburgunder aus Baden, den muss man einfach probieren. Ja, das Weißburgunder aus Baden. Reifer Apfel, also nicht grüner, sondern schon roter Apfel. Also roter Apfel, bisschen Ananas ist dabei in der Nase. Jetzt fragt ihr euch, warum ich ein Burgunder Glas quasi für Eiswein nehmen. Große Weine brauchen große Gläser. sehr cremig. Schmeckt mir. Also Säure, sehr moderat. Trocken. Ich würde sagen, sehr schöner Essensbegleiter. schön sauberer Wein, da kann man nicht, also da muss man wirklich sagen, also früher waren ja so ein bisschen die Bio-Weingüter, so ein bisschen verpönt und so und das ist überhaupt nicht der Fall. Also ganz große Qualität, die hier rauskommt und das sieht man hier bei dem Weingut auch wieder. Schöner Weißburgunder. Richtig schön, kräftiger, kräftiger Weißburgunder. Das ist nicht so dünnes Zeug, sondern richtig schön Extrakt. Da ist richtig ein bisschen Dampf dahinter. Zweiter Wein. Nämlich auch hier vom Weingut Lemlin Schinder, noch mit dem alten Etikett. Gude Edel, 2017er, Ortswein, Alter Reben. Dazu muss man sagen, es gibt hier zwei große Lagen eigentlich, also bedeutende Lagen in dem Gebiet, nämlich den Frauenberg und den Sonnenberg. Und hier alte Reben, bin mal gespannt. Bisschen verhalten, ne? Auch hier ein bisschen Apfel, ein bisschen Citrus, aber... schon mal ein bisschen mehr Säure als der Weißburgunder daher. Wirkt deswegen auch ein bisschen frischer, finde ich. ... Gefällt mir auch gut. Weißburgunder ist aber jetzt gerade eher bei mir, von meinem Geschmack her. Das Apfelig, er kommt hier ein bisschen mehr an. Eher hier der grüne Apfel, nicht so ein roter, sondern eher grün. Den Weißburgunder würde ich jetzt eher für Pasta reichen. Den Gude Edel würde ich jetzt doch durchaus zum Fisch, zum gebratenen Fisch reichen. Das wäre da wirklich gar nicht so verkehrt. Beide Weine wirklich schön. Dem Weißburgunder würde ich einen Punkt mehr geben als dem Gude Edel. Einfach von meinem persönlichen Geschmack her. Ich würde sie beide in die überdurchschnittliche Klasse setzen. Ich würde den Gude Edel bei 14 Punkten sehen und den Weißburgunder bei 15 Punkten. Beides wirklich gute Ergebnisse für die Weine. Gefällt mir. Kann man ja schon gut trinken. So, dann haben wir noch Spätburgunder. Den habe ich bloß vorhin schon mal aufgemacht. Ich habe nur einen Schluck gebraucht. 2015er mauchender Ortswein. Spätburgunder 2015. Mal schauen, was der so kann. Spätburgunder. Ein bisschen gehaltvoller, sage ich jetzt mal. Also nicht so leicht, sondern wirklich so. Vom Alkohol her sind wir bei 12, glaube ich. 12 Prozent Alkohol. Der ist auch selten, dass mal ein Rotwein weniger Alkohol hat als die Weißweine, die wir vorher getestet haben. Die waren nämlich bei 12,5. Schon ein bisschen Kirsche. Aber nee, nee. Da kommt noch. Ah, Schlehe. Schlehe dazu. Doch, Schlehe ist hier drin. Natürlich auch ein bisschen Holz. Spontan vergoren, der Wein. Sollte man vielleicht noch erwähnen. Also nicht so dünn. Aber wirklich schon gehaltvoll. Kräftig. Für einen Spätburgunder. Auch für 12 Euro. Müsst ihr erstmal sowas finden. Wir kommen einfach mal auf. Sind wir jetzt noch? Wir wollen. Wir machen. Wir wollen. Wir wollen. Wir wollen. Wir wollen. Wir wollen. sehr ordentlich wirklich sehr sehr ordentlich also für 12 euro so ein spätburgunder richtig schöner wein so steak zu schmorgerichten rinderschmorgerichte rouladen rouladen sind da immer sehr schön also gefällt mir auch sehr gut also muss ich gleich noch mal ein schluck probieren wir sind ja im ortsweinbereich muss man wirklich noch mal sagen da gibt es ja noch erste lager und große lager also von dem her da ist noch ein bisschen luft drin nach oben und den würde ich jetzt wirklich so zwischen 15 und 16 punkten sehen da muss ich mir aber noch mal überlegen 15 und er kratzt an den 16 so richtig schön von unten ja ich würde sagen hier weingut absolute empfehlung von uns probiert da einfach mal was für den gut edel fan ist hier auf jeden fall was geboten mit 25 prozent gut edel auf dem im betrieb und da kann man nichts meckern gut edel und spätburgunder weiß burgundern chardonnay klingt nach einer coolen mischung eigentlich 15 punkte tendenz zur 16 richtig schön eine drei weine schau doch mal nach baden nicht vergessen ihr könnt auch natürlich gerne wieder uns irgendwelche tipps und anregungen geben einfach kommentieren schreibt einfach ob wir irgendwas mal testen sollten ob wir irgendwas probieren sollten ihr könnt uns natürlich auch gerne was zuschicken auf anfrage bekommt ihr da auch die adresse gerne kein problem machen wir und nicht vergessen auf youtube bitte den kanal abonnieren wäre ganz cool wenn wir da mal ein paar abonnenten mehr bekommen würden auf den anderen social media seiten ist es deutlich besser bloß schaut doch noch mal auf youtube und klickt einfach mal auf abonnieren wäre cool wenn ihr da ein bisschen einfach so ein klick machen würdet ihr bekommt dann auch sofort immer eine mail wenn ein neues video online geht meistens sogar ein kleines bisschen eher als im blog also wer noch ein bisschen schneller up to date sein möchte was hier bei uns in der weinen welt so bei wernavino passiert dann einfach mal bei youtube vorbeischauen in diesem sinne macht's gut und trinkt auch mal baden servus